Hallöchen liebe Freunde hier ist wieder euer Drowny und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary wie ihr vielleicht gerade am hören seid ich weiß es nicht ich habe eine neue Tastatur die erste Mechanische kann also dezent passieren dass ihr die ganze zeit mal eine Tastatur hört so nebenbei sollte aber eigentlich im Rahmen bleiben Moment gehen so das hat sich immer noch nicht geändert hat sich etwas fänden zum letzten mal ich weiß ehrlich gesagt gar nicht ich habe keine Ahnung ich habe das letzte Video sich nochmal nach durch geschaut ja wir legen in dem Sinn einfach los kurz ja gut okay das Moxet das ist ja was habe ich da das ist Season 7 wobei die Brust doch Brust ist T10 Warrior und die Schuhe auch und der Gürtel auch das ist so eine Mischung ja so ein bisschen mal hier den Kreml durchbrachen da fehlen immer noch zwei an den Talenten und an den Glyphen hat sich nichts geändert ne das bleibt zwar gleich jetzt muss ich nochmal gehen entschuldigung voller Bauch und ich habe heute noch nicht so viel gequatscht als dass ich da jetzt so Profit wäre und nicht in der Hand nebenbei so körperlich einschlafe gut was soll man machen Ishal soo würde sagen Hälfte Norde Hälfte Süden gut Mitte hat keiner das ist Quatsch man muss die Mitte halten oder zumindest den Gegner im Zerg halten und die anderen beiden Punkte einnehmen Mitte ist gleich Kontrolle das vergessen immer viele wenn die Mitte hier hat die mittlere Mine hat man die kürzesten Wege zur Bandaren Mine und zur Goblin Mine und man kann natürlich auch die Lore besser empfangen wenn man natürlich an den Stützpunkten defft und aufpasst das wird wahrscheinlich jetzt eh wieder ein Problem sein gut wir gehen in die Mitte wie eigentlich immer außer natürlich unsere Mitstreiter hier sind ja meine sie müssten wirklich nach Norden und Süden sich aufteilen nach Norden auf jeden Fall und ein Teil gehen in die Mitte was machen unsere Gegner wo sind die her Blackrock Arthas Equin ok die Aldo ja so wir sind hier schon mal in der Unterzahl dann verpissen wir uns hier das hat keinen Sinn wir brauchen nicht sinnlos rum zu zergen dann können wir auch hier runter gehen die Goblin Mine wahrscheinlich werden sie oben einnehmen wenn sie runter kommen und das Spiel ist wahrscheinlich fast schon verloren das haben wir was machen so den versuchen wir noch mal zu heilen hier wieder komm ja jetzt kriegst ein Stun das ist noch wenig doof bei dir Dispel wall ist ab ja Wahnsinn ich bin so stolz auf dich das ist so genial mit einer Eule das ist so genial die macht nichts Fick dich fick dich das ist so dumm das ist einfach nur dumm ach Blizzard ihr seid so genial die kreiert dumme Sachen ins Spiel rein das ist total dumm oh ich halte das gegen hopp Badengesicht das wie ich auch noch hier so verpiss dich komm her feigesau Feigling komm her hopp 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 ist nicht böse gemeint mich kotzt sowas dummes einfach an jetzt kriegst du einen Stun Basen wirst du ja schon wieder umtrotteln und jetzt wirst du umgefügelt umgefügelt ja tut mir echt leid ich hasse das ist einfach dumm was für eine Logik entspricht das du schlägst den Gegner an und er drückt dir mit mehr er drückt dir stärker ins Gesicht es ist dumm das ist zwar nur ein Brock aber sorry wenn ich da allein auf den einprügel ich krieg nur ins Gesicht blitz zart nein ihr könnt das mal vergessen das Shadow hier kriegt den Stun hinterher du bleibst du ja die Version ist jetzt weg und jetzt kriegst du den Slope nein da gehen wir mit in sie raus noch mal du wirst sterben das lassen wir nisch zu dass du weg kommst und so äh was ist denn hier in der Mitte ich seh das gar nicht bringt ne Bob ich dachte er wäre schon weg das sind Ruide hier kriegt den Stun ähm nochmal ein AE Stun Wings dann ab ich sprach da drauf sollte er eigentlich sterben ja sollte er nicht nur stirbt oh was ist denn das hier oh 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 die Eule will ne Revanche kriegt sie aber nicht ich freu mich gleich irgendwie ab wieder das ist schon wieder verloren hier gleich abhauen vor denen vielleicht noch irgendwas rein zu machen ach die Eule will sich jeden erreichen oder ach komm her wenn du schon die WCDs an hast kriegst du mal ein Stun jetzt befaller da gleich irgendjemanden ach scheiß Warrior ab da reflekt ich hab da reflekt ich hab Feetern ja das fürchte kleine Wouti will reflekt eben angst du mal ein bisschen und danke für den Heal nein schätzchen blebst hier jetzt jetzt kann ich das da ah krass wieder blind jetzt setz ich das erstmal aus wie ich sitze jetzt kriegst du den Stun zerrofen den Gegenhalm den Gegenhalm da bin ich jetzt gestunt das soll ich mal gucken wenn ich gestunt hab oh scheiße das war schlecht hohohohoho das war schlecht ah da alles raus der Gute oh das war's jetzt der Drowny geht downy na jo hauptsächlich die in sie raus oh god oh god ja ist die sortiert oh god was ein Unterschied der Top 3 in der Heilung super welche Punkte haben wir denn 480 zu 328 dann werden wir haben die Lore nicht mehr jetzt nicht die Punkte dazu keine Ahnung wie kann ich das nicht behalten ja jetzt haben sie Punkte unterbekommen genau knapp 500 nicht 580 ja die oh jetzt haben wir da oben wieder das sind alle die werden wir wahrscheinlich gleich verlieren wo ist der Gute hier zu ihm packen können wir so sneaky als falls Taos dran vorbeischleichen ne das bringt nichts soll ich nicht hingehen dann machen wir doch mal hier doch in die Richtung soll ich mir ein bisschen beim Deffen helfen ja jetzt hat er nämlich schon einen Schurken oder noch mehr ne das ist ein bisschen genau der Rogue der Rogue also Fury Wild Strikes Wild Strikes oh er kommt oh er kommt noch ein bisschen mehr nö oh silence bekommen hoppla 4 nö weeks oh 88k eigentlicher Strohsack jetzt kann ich nicht inline gar kein gear ich hab grad wieder Damage von der Eule bekommen da ist Pally das liegt aber auch gut aber was Damage hier ab ist er zu down oder sagen er lebt dann noch haben wir den da hinten Killing Spree Freedom on einen hat da die Tüten hier und die Eule da auch jetzt muss ich mich auf die Leute aufpassen das sehe ich von der Eule das ist das so genial das ist so ein genial dummes dämliches Design so genial dämlich das lustige ist ja wenn man die Eule in Ruhe lässt macht sie auch Schaden ist ja okay sie kann durchcasten und sie kann halt die ganze Zeit wirbeln und so wenn man sie aber angreift macht sie auch scheiß für Schaden aber viel einfacher wenn die gescheiten Heiler im Rücken hat dann bummst die alles weg sorry dumm b.oom da ist der Rogue nein er hat zwei bei sich das ist Quatsch können wir versuchen zu deppen jetzt müsste er nur so clever sein und die da hinten abhalten ja wahrscheinlich nicht der Krieger charge gleich rein gut so gefällt mir das oh da kam ein bisschen schmerz na? ich nicht jetzt kriegt er oh oh wo bin ich nicht hallo Hexe ähm hallo Priest inline guck mal dich da raus ah sparten und Pali cool gehen wir auf den Pali komm mal drunter über den Hexe ja inline ja ihr hört die Tastatur scheiß das grad richtig hart da babbel ich sogar bei denen will ich da wegkauern die Spree heilen können ja nicht abhauen killen hier kriegt ein Stun du musst noch wegkauern du kriegst doch Heal wieso dass ich dich da alleine lasse na gut dadurch dass die Leute geklaut haben haben die 200 Bucken da mehr ne zack Heal klauen wir uns den noch nö aber den doch komm den holen wir uns das ist unsere an dem wir nachbuffen so schön wenn sie gestunnt sind kann man sie nämlich angreifen oh vollhorst haben wir nicht direkt Mist gibt's nicht nein kein Klockbereiter kommst du auch nicht raus ich mach mal Pre-Freedom oh du Affengesicht oh man 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 down ist er ja immer wieder mal nachbuffen hat sich dann mit Legion erledigt da werden die Buffs auch mal verteilt und dann war's das so so Ohre die lila Ohre ist da ein Bersi da ist ja der Berserker gleich mal abfang freund die 200 Punkt Krise nicht da war noch ein Version mit zu reden nö Freunde so jetzt haben wir wahrscheinlich die Mitte gleich verloren ist ein Rogue ja war klar ich bin mit mit verloren OMG OMG komm du kriegst mal ein Stun oh Gott der fällt dir gleich auseinander ach ich doch der nächste Scheiße 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 wo war alles ab Nein ey ein Backpeddler ein Backpeddler ich glaub doch der peddelt der peddelt der läuft ja nicht zurück das ist gar nicht ne läuft der durch doch nicht wir haben nur so lange genommen oh Gott nervt nicht nein Stun Freund nix mehr hast du das Persian noch zieh sie lieber zieh sie nein das gibt's nicht oh Tron ich hätte mich geheilt ich hätte mich einfach geheilt sonst ist das unser was geben liebe für alle der auch der auch der auch nice what ach fuu jetzt haben wir den noch umgelegt oh jetzt gibt's den jetzt gibt's den jetzt gibt's den ums raffe haben wir den Pally hier oh halt oh jetzt hat er keine mehr genau Mist reflekt reflekt nicht gesehen scheiße ach worry neff nicht scheiße sorry geht da der macht der macht nicht der nefft einfach nur wo ist denn der jetzt ist er da hinten besser na der kommt durch jetzt so viel heal ja der kommt durch ja war klar naja gut okay was sollen wir machen das waren auch trotzdem 14 Minuten oh yes das haben wir ja richtig aufgeholt da haben wir ja richtig aufgeholt und wo denn ah hat eben trotzdem Spaß gemacht obwohl es irgendwie total blöd war keine Ahnung naja gut okay ähm ja wie immer vielen vielen Dank fürs zuschauen wenn ihr was sein soll ab damit in die Kommentare auf Twitter Facebook ja und wir sehen uns im nächsten Video Tschüss